Hallo und herzlich willkommen in YouTube bei eurem MH26105, bei einer kleinen Pause eben von Crysis 3. Jetzt sind wir wieder zurück am Start in dem Dschungel. Was weiß ich, wo wir hier sind. Panzer überall, verrostet, zerstörte Stadt, epische Grafik muss ich echt sagen. Das ist ja richtig gut, Hagen und ADF-PS gehen gerade ein bisschen in die Beine. Kann aber auch sein, dass ich gerade rändere. Ah, totet, gehen wir jetzt in eine Todeszung oder was? Ich sehe die Minen schon. Warte. Das müsste reichen. Komm schon. Ha, der Meisterhacker-Kollege. Wenn es dick, dickfett vorne dran steht, dass es ein Todeszung und es an die Minen liegen ist, ist ja locker easy, Alter. Wodafone. Was ist los? Nichts. Nur eine Überspannung. Energie zu mir erschöpft. Geht schon wieder. Überprüfe Sektor 1, Delta 7. Warum stehe Hilfe? Haha. Geil. Ja komm, Kollege, steh auf. So geht es. Arschloch. Aufpassen. Aufpassen. Ja. Bist du okay? Hier ist nichts. Da. Todesmahl. Wenn es dich sieht, bist du erledigt. Zurück. Komm zurück. Was für ein Todesmahl. Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Alter. Der Fugmann. Nein. Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig. Kommt schon. Traut euch. Kommt her. Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig. Verstehst du's langsam? Die haben einen Nanosuit-Profit. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die SEV zu stoppen? Wie krieg ich das je zurück? Scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Och. Die Dinge ändern sich. Die Dinge ändern sich, Mama. Okay. So sieht's aus. Ich geb die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Da. Sektor 1 Delta 0. Sektor 1 Delta 2. Ich hab hier was. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Scary, alter Scary. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das ist wohl ein No-Go. Alter. Ist das jetzt dein Ernst, oder was? Hier ist nichts. Du musst dich dem Ziel unbemerkt näher, Boss. Sektor 1 Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Herbert. Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. ест here. Das ist schon gedacht. Und das auch mein Lieben Cape Cache Realisier ist der Hauptstadt Suite. Ich hab hier. denn das ist mir dafür doch von decir foundational. Ich hab hier. Ich hab hier meine VR. aber wahrscheinlich nichtί買у. Aber keine Nämmer. Nous bands straighten Delete ich mich an. Ich bin hierher, hören die auch mal auf zu schießen ach weißt du was, YOLO, alter YOLO die kommen ja immer fucking näher also Woher muss ich denn hin, Alter? Fuck. Oh. Ich glaube, ich bin downgegangen. Fuck, Mann. Boah, ey. Der Vater, vergesst es, die nutzt uns nichts. Wohohohoho. Magazin geladen. Waffensystem online. Komm dem Turm nicht zu nahe. Was? Ey, wo muss ich denn sonst hin, Kollege? Erzähl mir das mal. Missed. Der Vater, vergesst es, die nutzt uns nichts. Wohohohoho. Magazin geladen. Waffensystem online. Nein, das will ich doch gar nicht. Fuck. Ey, heute klappt aber auch gar nichts, Alter. Geil, wie kommst du denn jetzt wieder hier hoch, Mann? Ach, da drüben. Oder ne? Ja, okay. Oh, okay. Kann man die da oben nicht irgendwie hacken oder so? Gibt es da nicht eine Möglichkeit irgendwie oder so? Wow, wie der auf einmal anfängt zu bombern, Mann. Ich weiß doch nicht, wo ich sonst hin soll. Wo soll ich sonst hin, liebe Zuschauer? Wo soll ich sonst hin? Ah, man kann die doch hacken. Ich hab die ganze Zeit was falsch gemacht. Ja, und schon bin ich down. Geil. Ja, ja, komm, Mensch, das Spiel ab. Frau Mensch, das Selbstwaffe, alle. Magazin geladen. Waffensystem online. Doch, die nützt uns was. Scheiße. Wie machst du das? Mann. Kaboom, Junge. Ich weiß zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Okay, du hast Zerls Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Jetzt weiß es. Höhenverteidigungsturm 3 Delta 3 deaktiviert. Alle Eingreifdruppen umgehend in diesen Sektor vorwärts. Fuck. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komm zu dir. Roger. Da hacken wir die jetzt noch und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Machs gut, bis im nächsten Part. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.